Mit so Michael Jersen, Jordan? Wir machen ein 2 gegen 2 Aux-Battle. Verlohn und ich gegen Wook und Billy. Freunde, ihr kennt Aux-Battle und zwar ist so, wir haben ein Rad, ganz normal, Klassiker, wir haben ein Rad hier. Bei diesem Rad wird jetzt gespinnt. Ihr spinnt jetzt und ihr könnt entscheiden, auf welchen Platz ihr den packt. Also, ob ihr den jetzt zum Beispiel auf Platz 4 oder auf Platz 3 packt, zu euch entschieden. Weil du musst ja die Rapper gegeneinander antreten lassen, checkst du? Die fünfte Runde zählt mal 2, also doppelte Punkte. Ich spin für euch, okay, Billy und Wook. Ihr kriegt als erstes, ihr kriegt Pajel als erstes, Bruder, wohin packt ihr Pajel? Wohin packt ihr Pajel, auf welchen Platz von 1 bis 5? Zwei. Zwei? Ja. Okay, locker. Bruder, es geht hier um sehr, sehr viel Ehre, mein Bruder. Jetzt kommen wir. Farou und Daniel. Boah, Max. Max, wir kriegen Gunner. Wohin wollen wir Gunner packen, Bruder? Wenn ihr schlau seid, aber ich gebe keine Tipps. Das ist die Frage, wollen wir ihn auf 2 packen und sagen, easy win? Oder sagst du, aktiv auf 5 und riskieren? Weil Gunner hat halt harte Songs gemacht. Wir machen auf 3. 3? Ja. Okay, Bruder, wir machen auf 3. Ich würde sagen, auf 3. Fair genug, weil jetzt kommt es noch von der anderen Seite drauf. Genau, Bruder, genau. Jetzt ist der Spin wieder für uns, damit ihr entscheiden könnt, wohin ihr Platz hat. Checkst du? Wir kriegen... Fertig. Okay, Freunde. Okay, jetzt ist die Frage, mein Bruder. Hast du doch einen Wacken? Ja. Okay, wir müssen eigentlich auf 5. Also ich weiß nicht, auf 5? Wie 5 hast du jetzt? Sagst du? Ja. Bruder, ich glaube, ich packe Drake, Bruder, locker auf den. Bruder, ihr habt Gunner und Drake. Ich habe jetzt bei Gunner gesagt, du kannst bei Drake. Ihr könnt doch nicht. Ich sage, wir packen Drake auf 5, Bruder, weil er hat die Songs, wo wir sagen können, der macht Ding. So, jetzt nächstes für euch wieder, Jungs, ne? Ach so. Boah, er hat aber auch... Prime hat ja kranke Songs, Bruder, du weißt selber. Ähm, schwierig. 1. 1? Ja. Nimo auf 1? Okay, Bruder, okay. Die sage ich schon, Faroon hat mich ganz gestanden. Weil Faroon erklären ist immer so ein Ding. Nächstes wieder für euch, Jungs, für Bill & Go, komm. Ähm, 5. Ja, das ist ein hartes... Boah, ja, okay, das hat... Das wird Max, Bruder. Das ist sehr... Also, das ist gerade sehr krass. Der ist von uns, Faroon. Simon. Ja, das ist ein super Rapper, mein Bruder. Und ich packe ihn auf die 2, mein Bruder gegen Pajel, oder? Ist ein super Battle, oder nicht? Oder sagst du auf 1? Ja, mach, 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 mach. Ja, genau. Mach, mach, mach. Ich mache locker, Jasek auf 2, Bruder. Beides super... Du bist wieder, ne? Genau, wir sind wieder. Ich liebe die Jungs. Wir sind wieder dran. Wir kriegen... Oh, mein Bruder. Smoke. Oh, Smoke, mein Bruder! Wollen wir safe für Punkte nehmen, Bruder, und auf 1 packen? Weil ich sag, Pop Smoke grippt. Wir müssen safe für Punkte mitnehmen, Bruder. Wir packen Pop Smoke auf die 1. Ja. Hart. Pop Smoke ist Max. Aber harte Liste jetzt. Pop Smoke ist sehr hart. Die haben auch krasse Liste. Safe. Jetzt kommt, jetzt kriegt ihr wieder, Jungs. Jetzt kriegt ihr wieder. Jetzt bin ich gespannt. Soll einmal... Boah. Ihr müsst gut picken, Bruder. Boah, bei dem gibt's so... Bei dem gibt's halt doch... Es gibt gute Songs, aber du musst richtig picken. Ja, meh, 4. 4? Ja, ja. Okay, ich check. Ich hab auch nicht so viel, Bruder. Wäre es jetzt wieder dran? Genau, jetzt seid ihr wieder dran. Boah. Boah, damit kannst du auch viel anfangen, Bruder. Sag dir ehrlich. Ich hab nur 1. Du hast jetzt noch 3, genau. Letzter Punkt. Luciano auf 3. Luciano gegen Ghana, Bruder. Kann aber auch interessant werden. Wen haben wir auf 4? Wir haben auf 4... Travis, we go! Bruder! Wir haben ein geistkrankes Line-Up, Bruder! Ey, Bruder, wir haben maximales Line-Up, ne? Das Rad sitzt. Ihr habt eure Jungs. Ich schreib in Notizen rein. Damit ihr nicht seht, gegen welche Song. Damit wir uns gegenseitig überraschen. Checkst du? Ach so, ja, ja. Genau. Okay, wir haben unsere Songs. Ich würd sagen, Gast fängt an. Das heißt, was habt ihr für Nimo-Jungs? Wo? Ah, der hier? Den für Nimo? Okay, der für Nimo-Freunde. Auch gute Wahl. Was denkst du, wollten die hören? Bestimmt so, Flues kommt, Flues geht. Ja, diese Filme, diese Zeit. Oder diese Häusche mit mir. Diese Häusche mit mir. Ja, ja. Okay, wir sind mit Pop Smoke dran. Bruder, wir haben ein Ding genommen. Wir hören den hier. Den haben wir genommen. Ey, wir gucken in die Abstimmung rein. Geht schlafen. Ey, warte, warte. Bevor jemand sagt, unsere ganze Liste ja gewürfelt. Ja, aber die haben auch tote Songs. Gibt bessere. Ja. Würd ich auch sagen. Also ich wollte zuerst sogar Flexe nehmen von Pop Smoke, weil das mein Lieblings-Track ist. Aber schlafen gelegt, erster Punkt geht an uns alle. Wirklich hart. Und was kommt jetzt? Jasik gegen Pagel. Ich sag, wir nehmen jetzt als erstes, weil ihr habt vorher gelangt. Ganz klares Ding. Einer meiner, einer unserer Favorite-Tracks der Zeit sogar. Wir nehmen jetzt auch extra ein bisschen neuere. Ja, safe. Ey, muss sagen, den Film muss Jasik auf jeden Fall mehr fahren. Ja, ich weiß noch damals, Matratze auf Boden. Nein, ich hatte keinen Cent. Ich war schon immer gut mit Frauen. Hohoho! Geil, Bruder, das ist ein Ding. Aber? Deswegen. Was habt ihr von Pagels? Bruder, wir haben extra zu populär oder sonst was Ding genommen. Und jetzt willst du mir sagen... Egal, ja. Wir hören rein. Billis Pick. Ich mich nicht ein. Ich hab euch gesagt, ich mach sie mir klar. Sie ist deine Zehn von denen. Also das war ja auch so Pagels Song, wo man sagen muss, es kam ab, Bruder. Zack, es hat gefruchtet. Ist das safe ein guter Pick, Bruder? 1-1. Stark, Leute. Okay, passt. Passt euch nicht blenden. 1-1, okay, passt. Nächste Runde, Luciano gegen Ghana, mein Bruder. Wer ist da? Ihr. Wenn ihr jetzt reinsteißt, krank. Bei yours truly. Shoutout an Gennaro, shoutout an Ghana. Ey, eine Sache muss ich auch sagen. Ich war dabei, als die Jungs den Beat gemacht haben. Du hast noch mal ein anderes Gefühl zu dir. Safe, ja. Und den Ghana und Gennaro sind ja auch dicke Freunde von dir. Und Bruder, ich muss sagen, der Song lief überall. Ja, das muss man auch sagen. Safe, safe, safe. Ihr hättet den auch genommen. Also auf jeden Fall, wenn Luciano so rappt, hart. Diese Culture muss man absterben, dieses, was sie überhaupt sagen. Bruder, ein Song wird das gut. Wir haben von Ghana den hier, Bruder. Weil ich muss sagen, zu hart Nasty Girl von Ghana. Also meiner Meinung nach eine sehr, sehr harte Runde. Abstimmung sagt, boah, das ist ein Blitzkau, Bruder. Wirklich ein Uppercut. Geht, geht, geht. Ich brauche aber einen Call von hinten, Kater. Welche Runde für dich? Welcher jetzt? Bruder, ich glaube, wer ist da? Sag ehrlich, Bruder. Sag, Bruder, du kannst doch sagen. Sag ehrlich, komm. Siehst du, schwierig. Ist schwierig, Bruder. Ist schwierig. Ich glaub dir, Bruder. Trotzdem muss ich auch noch sagen, ob dich nervt. Ich mag das. Alter, der Punkt geht halt einfach mal zu uns. Nächste Runde. Nächste Runde, Bruder. Wir haben jetzt Travis gegen A$AP Rocky, Bruder. Ich hoffe, ihr habt reingeschissen. Krass, dass die zwei so gerade gegen Männer kommen. Ja, genau die, Bruder. Das haben wir jetzt reingeschissen. Also wir haben einen Song genommen. Wir sind jetzt ein bisschen moderner gegangen. Oh, oh. Oh, oh. Du Dreck. Ich muss aber auch sagen, es ist ein Song von uns beiden, wo wir gesagt haben, der ist zu krank. Nee. Safe. Safe. Still no pressure. Thank God I breathe. Cause shit I speak is what they need. I tell you all. Ich muss mal sehen, ob der leben kann. Okay, komm. Was habt ihr von Rocky? Okay, warte. Jetzt, was haben die für einen Song von A$AP Rocky? Das will ich echt sehen. I don't know the number, Bruder, der ist auch. Man muss auch sagen, der ist auch hard. Safe, der ist auch hard. Was sagt die Abstimmung? Choke. Bruder, wer killt mich, dieser Multi, Bruder? Guck, die sind tot hier bei uns. Die sind tot. Sag ich dir, holen wir das Ding nach Hause. Guck mal, und jetzt ist... Holen wir das Ding nach Hause. Warte, Bruder, das ist der jetzt. Warte mal, es ist doch maximal unentschieden gerade, ne? Eins, 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 eins. Chat, Freunde, jetzt ist das Finale, ne? Jetzt holen wir das Ding nach Hause. Also, Bruder, kann sein, eines... Also, ich hatte ja gegen Enno gespielt. Das Finale war halt einfach, dass ich ihn hatte, Bruder. Und ich hab ihn einfach mit Fuchs heimgeschickt. Oh. Diese. Jetzt wird's ne geistkranke Runde. Ähm, ihr seid dran. Mit, äh, mit Kanye. Was habt ihr? Sicher, dass wir dran sind? Ihr seid dran, mein Bruder. Es lief ja gerade euer so. Bruder, den kann man nicht überbieten. Diesen Song kann man nicht überbieten. Mach an. Okay. Don't trust you. I don't trust you. Beautiful morning. Yeah, the summer morning, babe. Also, ich sag ehrlich, Chat. Ich kann nicht verlieren. Tut mir leid. Ich sag ehrlich, es gibt bessere Kanye-Songs, aber egal. Ähm, okay. Also, der Song ist Rangel. Wir haben einen von Drake genommen. Ich glaub, den hat keiner so auf den Zettel. Ihr habt bestimmt so reingeschissen. Ja, genau. Ihr habt bestimmt so reingeschissen. Wir haben auch nichts aus dem neuen Album genommen, ne? Wir haben den genommen, Bruder. Ey, der war hart. Der ist sehr hart. Aber, Bruder, warte mal. Die Zuschauer sind auch 80s, Bruder. Die haben L geschrieben, bevor ich einen Song angemacht habe. Ja, Bruder. Aber egal. Ich bin ein Peach, wenn die wussten. Twitch hängt bisschen, Bruder. Ich glaub, das zieht noch nach. Scorpion Gang. Tschüss. Gibt euch das mal. Die hatten sogar, die sind reingegangen sogar mit dieser Dinge. Ey, ich glaub, wir haben die schlechte Liste-mäßig. Aber die haben gewonnen. Man muss Hack geben, ey. Man muss Hack, Jungs. Man muss Hack geben. Ihr habt das geholt wie Weltmeister. Ihr habt das gut geholt. Dafür, dass ihr mich so bei Nimo gefickt habt. Ja, man muss Hack geben, Bruder. Man muss Hack geben. Man muss Hack geben. Ach, Bruder, ich gern nicht, ja. Wie ist schwer, ne? Freunde, danke für Outspend. Ich küsse nur Herzen. Lass mir wieder ein Kommentar. Hallo, Bruder. Küsse nur Herzen und Check Business Straight Up. Ganz wichtig.